Als Südtiroler mit mehreren Kulturen, mehreren Sprachen bin ich ein begeisterter Europäer. Im Grunde bin ich keiner Nation emotional zugewandt, sondern als Südtiroler habe ich ein lokales Selbstverständnis, habe ein europäisches Selbstverständnis und bin durch meine vielen Reisen Weltbürger geworden. Und ich weiß, dass die EU eine große Kraft hat auf dieser Welt, sei es von ökologischer, von sozialer Seite, wie auch von unserer Basis her, wenn sie weiterhin zusammensteht. Wenn wir uns auseinander dividieren, verlieren wir nicht nur das großartigste Friedensprojekt, das wir bisher hatten auf der Erde, sondern verlieren unsere Aussagekraft, unsere Bedeutung und die Möglichkeit, die Welt positiv weiterzuentwickeln.